Seit 23 Jahren hilft die Verbraucherzentrale in der Hauptstraße den Menschen aus der Region bei den unterschiedlichsten Problemen. Knapp 350.000 Frauen und Männer suchten die Zwickauer Beratungsstelle in diesem Zeitraum auf. Auch im letzten Jahr gab es für die Mitarbeiter wieder viel zu tun. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern sprach die Leiterin der Zwickauer Beratungsstelle über die Gründe, weswegen Menschen im vergangenen Jahr Kontakt mit der Verbraucherzentrale aufnahmen. 2015 wurden etwa 2500 Frauen und Männer persönlich in der Hauptstraße beraten. Die Themen waren vielfältig. Also wir hatten sehr häufig natürlich mit Rufnummernmissbrauch zu tun, mit Spam-Mails. Das ist ja wahrscheinlich auch jedem bekannt. Diese Spam-Mails werden schon immer besser, in Anführungsstrichen. Man erkennt sie nicht sofort als Spam-Mail. Sie sehen wirklich täuschend echt aus. Und wenn man dann den Anhang anklickt, bekommt man irgendeinen Trojaner auf seinen Computer geladen oder irgendein anderes Schadprogramm, was irgendwelche Probleme mit dem Computer verursacht. Wir haben zum Beispiel Probleme mit Schlüsseldiensten, dass die Schlüsseldienste erhöhte Rechnungen verlangen. Oder eben auch gleich mal das Schloss austauschen, obwohl das gar nicht nötig ist, wenn eigentlich nur eine Türöffnung gewünscht war. Die Verbraucherzentrale Sachsen rät, diese Schlüsseldienste nicht in bar zu bezahlen, sondern eine Rechnung zu verlangen. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Mitarbeiter in der Hauptstraße 23 im vergangenen Jahr beschäftigen mussten, war der Rufnummernmissbrauch. Dabei war die Zwickauer Beratungsstelle in einem Fall sogar selbst betroffen. Also der Fall war ganz konkret so, dass die Verbraucherin einen Anruf bekommen hatte, angeblich von der Staatsanwaltschaft. Und der Staatsanwalt hatte gesagt, sie müssen noch 3.000 Euro bezahlen, weil sie Gewinnspielschulden noch haben aus irgendwelchen vorangegangenen Jahren. Und wenn sie jetzt die 3.000 Euro sofort bezahlen über Western Union, dann wird der Strafbefehl gegen sie eingestellt. Und kurz darauf rief eine Frau Schmidt an von der Verbraucherzentrale in Zwickauer und hat gesagt, ja, das geht alles in Ordnung, überweisen Sie ruhig das Geld. Sie müssen das so machen. Bei uns in Zwickauer gibt es keine Frau Schmidt in der Verbraucherzentrale und es war auch nicht wirklich unsere Rufnummer, aber es ist ja leider technisch möglich, dass eben eine falsche Rufnummer übertragen wird. Und das ist dann so täuschend echt, dass man das natürlich als Laie überhaupt nicht unterscheiden kann. Sigrid Woiter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verbraucherzentrale niemals ohne vorherige Vereinbarung bei jemandem anrufen würde. Stutzig werden und die Beratungsstelle kontaktieren sollten Bürger auch, wenn sie Anwaltsschreiben mit dubiosen Förderungen erhalten. Also es gibt dann leider ganz oft ältere Leute, die eben da angeschrieben werden, in dem Fall auch von der angeblichen Staatsanwaltschaft in Hamburg, dass sie ein Gewinnspiel gemacht hätten und dort noch Geld eventuell kriegen würden, aber sie sollen eben vorher erst mal Geld wieder bezahlen, um den Gewinn zu bekommen. Und wer das natürlich bezahlt, der wird dann nie wieder was von den Leuten hören. Und das sind eben auch wirklich Schreiben, angeblich Staatsanwaltschaft Hamburg, die auf den ersten Blick natürlich ganz gut aussehen. Oberlandesgericht Hamburg und dann werden irgendwelche Urteile angeführt. Also das kann man ja sicher als Laie überhaupt nicht sehen, dass das jetzt natürlich niemals die Staatsanwaltschaft ist. Neue Gefahren für die Verbraucher bringen auch die technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre mit sich. Gerade bei Spielen auf dem Smartphone können sich sogenannte In-App-Käufe schnell als kostenspielige Fallen entpuppen. Insbesondere für Kinder besteht ein großes Risiko. Wenn jetzt die Kinder Internetspiele auf ihr Handy herunterladen, die sind dann ja meist kostenlos. Und um dann in ein höheres Level zu kommen, müssen irgendwelche In-App-Käufe getätigt werden. Also in dem Fall waren das dann zum Beispiel Edelsteine, die das Kind zukaufen musste. Und am Ende waren auf der Handyrechnung 500 Euro erschienen, weil sicher im Eifer des Spiels das Kind jetzt nicht gemerkt hat, dass es eben dann nicht mehr kostenlos war. Aus diesem Grund sollten vor allem Eltern beim Handy ihres Nachwuchses eine Drittanbietersperre einrichten. Diese Sperre verhindert dann, dass dieser Drittanbieter eben einfach Gebühren über meine Handyrechnung einziehen kann. Es verhindert nicht, dass ich am Telefon aus Versehen irgendeinen Vertrag abschließe. Das muss man natürlich auch sagen. Also man muss trotzdem aufpassen, gerade bei Smartphones, dass man nicht irgendeinen Banner anklickt. Da kommen ja Werbeeinblendungen und wenn man dann manchmal da draufklickt, hat man sofort irgendeinen Vertrag abgeschlossen und hat es vielleicht in dem Moment gar nicht gemerkt. Der Vertrag ist unter Umständen trotzdem abgeschlossen, aber dieser Drittanbieter kann eben diese Gebühren dann nicht einfach über meine Handyrechnung abbuchen lassen. Und diese Drittanbietersperre muss ich mit meinem Telefonanbieter vereinbaren. Da brauche ich nur das anzurufen und sagen, bitte richte Drittanbietersperre ein, der ist dazu gesetzlich verpflichtet. Und das würden wir allen empfehlen, das zu tun. Die Verbraucherzentrale berät ihre Kunden außerdem unter anderem in den Bereichen Heizkosten, Bausparverträge oder Altersvorsorge. Einen Termin für ein persönliches Gespräch in der Hauptstraße kann man vorher über das Anmeldeformular auf der Internetseite der Verbraucherzentrale vereinbaren.